Wie ist das denn? Wie ist das denn? Ja. Aber wo sind wir denn jetzt? Direkt vor dem Raum, okay. Jetzt kommen hier die beiden Hütfiecher, die dich eben gerade... Oh nein, wir müssen den... Jetzt gehen wir hier in Schnellverfahren durch. Das ist... Naja... Das ist ein authentisches... Geschehen im Grunde. Oh Mann, jetzt müssen wir wieder rum... Jetzt dürfen wir wieder hier rummanövrieren im Menü, ey. Oh je. Das ist ja schon bitter. Eine Überlegung, welche zu schneiden. Ja. Da geht's. Das waren ja jetzt auch zwei Terror-Motherfucker hier. Ja. Dann würdest du das mal probieren, die hier zu zerquetschen? Was deine Theorie wäre? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hauptsache du machst irgendwas. Gibt's die Brücke, warum ich nicht geladen kann? Oder haben wir diese Teile? Ja. So. So. Jetzt kommen sie doch. Nur der zweite Kletter hat doch hier die Wand runter. Ich weiß es nicht. Da ist er. Willkommen. So richtig mit dem Aiming von der Stasis, das schnalle ich noch nicht. Das ist wieder so ein Kollisions- Abfrage. Abfrage nicht Dinge. Ist ja gar nicht schlecht. Zweite. Macht sie jetzt wieder bereit? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Das hin. Und ihm noch mal ein paar. Ist gut, wenn ein Arm nicht eck ist, dann können sie wenigstens nicht mehr springen. Ja. Und das macht den Gegnertyp schon mal deutlich attraktiver. Ja. Wirklich hab ich ihm nicht vertraut. Ist der Loot eigentlich immer zufallsgeneriert? Er war anders als vorhin. Ja, ne? Und das muss man so festhalten. Ist auch bitter, ne? Vorhin war mehr Munition, glaub ich. Im Angebot. Hm. Richtig. Aber Munition ist ja jetzt gerade für den Plasma-Kader tatsächlich auch gar nicht das Problem. Jetzt können wir ja vielleicht auch wenigstens die Sachen mitnehmen. Ja. Ohne Probleme. Aua. Ach, er geht mal um. Wir haben uns schon wieder erschrocken, ey. Und schon wieder von dem. Aber diesmal kam er anders. Dieser kam aber früher, genau. Schuss. Okay. Ah, der obligatorische Schuss wieder. Ja. Guck mal nochmal, wie es jetzt aussieht. Ja, okay. Zwei Schüsse. Ja. Gut. Ja, das ist immer schade, ne? Von unserer neuen Primärwaffel so gesehen. Dass da nur fünf Schuss, glaub ich, in so ein Magazin gehen, ne? Wir haben jetzt noch gar nicht aufgelevelt. Wollen wir das noch machen? Oder wollen wir es erstmal... Ich denke mal für dieses... Jetzt erstmal so wie es ist. Okay. Okay. So. Diesmal nicht sterben. Ja, Mann. Da liegt was, da liegt was! Da liegt was! Aha! Ah! 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 Tja! Ich erinnere mich manchmal so ein bisschen an den schwarzen Ritter aus Monty Python. Ah! Ahh! Gesicht! Gehe einigen Monster of Unentschieden! Großartiger Film! Wer ihn nicht kennt, ausschalten, angucken! Ja, dafür hätten sogar wir Verständnis! Ja! Wir brauchen... Gibt es durch die Tür, ne? Jetzt bin ich gerade in die... Brainfreeze! Ja, das erste Retail wird quasi wieder recycelt! Ah! Du kannst auch kaputt treten! Du sagtest schon, genau! Man kann auch reingreifen! Das hast du euch ausgedrückt! Lass mich mal einen Blick auf die Uhr werfen, weil das kommt mir schon ein bisschen lang vor hier! Ja, gucken wir mal, wie weit wir schon drin sind! Ja, der Timer des Crowns! Hat nicht funktioniert! Ja, dann werden wir jetzt einfach an der Stelle das Ganze beenden! Wir haben hier auch eine Save Station! Es könnte sein, dass es in unser Oberar Cut wird, also dann... Hab Verständnis! Nehmen wir uns so, wo wir sind! So, ja! Hoffentlich sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Soccer Zone spielt, Dead Space! Bis später! Genau!